so leute herzlich willkommen zu einer weiteren runde pvz gb2 und ich starte mal mit was starte ich irgendein brains wieder den hatten wir schon mal electric brains und cosmo brains nehme ich mal was hatten der einzelschuss ok was waren das für eine fähigkeit bin mir da nicht ganz sicher das wird mal ein interessantes match werden ich kann mich mit den brains nicht aus normal hat er ja da den strahl was hat der da für ein strahl wieso hat er kein strahl gemacht ach ich muss ja als zweitaste drücken oder ach ja das war mein denkfehler werden darf mich geballert also der kosmos brains springt extrem hoch so ich belebe mal den wissenschaftler wieder das wird wieder mal so ein interessantes match werden wo er wieder mal keine kills abzielt naja einen habe ich besser einen als wir keinen aber wie gesagt bei mir ist da der brains so ein komisches kapitel für sich jetzt mal willkommen zurück ja natürlich wenn ich da mal den blöden strahl los dreht die haut die erbse ab also brains ist für mich da so ein komischer charakter ich muss sagen zwischen wenn ich aussuchen muss wenn ich unbedingt mit den brains spielen muss zwischen frühstücks brains und den dann habe ich den halt lieber ich kann nicht sagen dass ich ihn mag aber wenn ich nur die zwei zur auswahl habe dann würde ich eher mit den kosmos brains spielen als mit den frühstücks brains willkommen zurück wir liegen in führung ja dank mir hat nicht aber das ist ja egal so einen kriege ich noch oder habe einen gekillt sogar schaden verursacht 3 habe ich bis jetzt das ist nicht das beste ergebnis was ich hatte aber leute level 1 charakter ne mittlerweile habe ich ihn ja gerade vorhin glaube ich aufgepässtert auf 2 aber keine schadens upgrade regenerations upgrade und so weiter ja level 2 ist er wo springst du hin bleib mal stehen besser dann ach da hast du dich verkrochen ich box drauf rein so ich drehe mich mal rauf ok den haben wir mal ich hoffe mal dass ich da nicht den team zu lasten falle aber leute die mussten auch mal anfangen aber immerhin zwei habe ich schon wiederbelebt der wollte jetzt mal nicht warten sonst hätte ich den auch noch erfolgreich wiederbelebt schauen wir mal rein was sagt uns das ergebnis schönes 42 zu 50 punkte zombies die punkte haben gewonnen ja die punkte haben gewonnen die zombies haben gewonnen ja auszeichnung habe ich natürlich keine aber immerhin vier kills da mit dem reins charakter den ich eigentlich nie spiel finde ich nicht mehr so schlecht also leute wenn es euch gefallen hat da folgen zu sehen mit charakteren die ich nicht gelevelt habe und die ich eigentlich nie spiel tja dann müsst ihr halt abonnieren daumen da lassen und das nächste mal wieder reinschalten also bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss